So Leute, herzlich willkommen, Candy Beat Me Nummer 30, der letzte Part, die letzte Folge, 9, 8, 7, 6, 5. Es geht jetzt los, das Ganze wird gesponsert von Elgato, immer noch, wie gehabt, Link zu Elgato in der Beschreibung, könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Und jetzt kannst du euch kurz vorstellen. Okay, hallo, mein Name ist Johannes, ich komme aus Österreich und mehr gibt's nicht zu sagen. Jo, alles klar. Herrschaft of Raid. Als ob ich die Flagge einnehmen könnte, ohne zu sterben. Als ob ich die... Boah. Tod. Oh man, jetzt ist mein Freund da, okay. Wupp. Fuck. Verkackt. Und tot. Meine Fresse, ich spiele mir so schlecht. Dann willst du nicht den Wegspiel. Das kann durch sein. Der war doch immer einer, oder? Was? Oh, und die Leute ähden mich schon. So, okay. Okay. Oh mein Gott. Na? Wie man eben einfach nur abkackt. Meine Fresse. Ich spiele gerade wieder so einen Scheiß zusammen. Ja. Oh mein Gott. No. No. Das war so klasse, wie der verrecke ist. Meine Fresse. Ich spiele wieder so. Boah, tschüss. Boah, tschüss, Leute. Aber. Oh, shit. Nein, dieser Spaß mit seiner verfickten Alter Woh, scheiß Snapper Ne, ich spiele so schlecht weil die Gegner spielen auch recht gut, das muss man sich um als zu tun Boah, dieser Soli immer von hinten Gut, dass ich wieder diese niedrigen Cheeks mitgenommen habe Ja, ich auch, aber ich habe noch nichts erreicht Fuck Boah, von wo das will ich sehen Oh, mit der Scarhead Glitching Meine Güte Oh, mit der Scarhead Glitching Ich würde ganz gerne mal meine Sticks in die Fresse reindrücken Oh Ja, was hast du damit Blackbird Hundes warm und tot Soli ist so ein Fotzenbängel Leck mich so auf der Hüb Oh, am Boden Boah, ein SMC ist so krass Oh, der Typ spielt echt gut Ja, Soli Ja Da habe ich ihn sogar noch getötet Ich glaube, hier bekomme ich meine Sticks aber nicht hin Sollte auf jeden Fall schwer werden Verpiss dich da, Junge Boah, von wo, das will ich jetzt sehen Ah, da, Kämpfer Wunderschönst Wunderschönst Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst Boah, zu dritt Leider nicht Boah, ich weiß nicht genau Wart Okay Wenn der mich jetzt töte, dann lass ich aus Oh, wir haben einen Orbe Das bin ich Echt? Jo Okay Er töte mich So, haben die auch ein Orbe? Könnte sein Die müssen ein Orbe haben Er hat mich sonst niemals da so ficken können Boah, die haben einen Orbe Ja, der hat Escort-Drohne oder so Der Just Forever Meine Fress, diese dummen Dreckspasten, Alter So kurz zu meinen Hunden Boah Dreckig Kacknuss Ja, ja, ja Kommt das Biest immer wieder hier, Jungs Die Escort-Drohne Die Escort-Drohne Die Escort-Drohne Ja, bestimmt Mit Schalldämpfer auch noch Oh mein Gott Triple kill So, ja, jetzt kommt er mit der Pumpe, jetzt weiß er nicht mehr weiter, der kann den Nuttenbengel Jetzt weiß er nicht mehr weiter Oh mein Gott Ja, er ist so lächerlich schlecht, der Typ, er ist so schlecht, man Er ist einfach so ein Opfer Oh, ich weiß nicht, welche Waffe ich nehmen soll Ich fehl' gerade so heftig mit meinem Aim Boah Ich fehl' generell grad Ah, er ist sogar noch rausgequittet, der Noob Ja, ja, ja Ja, ja, ja Fair gewonnen Erste Runde Ja, geht schon gut, klar Boah, du bist ja ganz schön zerfetzt worden Ja Ich hab' mir gerne die KD-Falltypen angeschaut Lass' mal rausgehen Ja, wenn ich aufhöre Das ist echt Ja, schon ne ekelhafte Lobby gewesen So Also du musst jetzt, ähm Ausgleichen Obwohl, jetzt sind eigentlich die ganzen Schlimmtypen draußen Nur dieser Just Forever ist noch drin Der hat ein Painful Nee Also, also, wollen wir nicht drinbleiben? Ja, okay Ich ändere mal schnell meinen Clan-Tag Raid kommt auch wieder dran wahrscheinlich Schönes Ding Ich mach' mir auch nur kurz noch ne Klasse Hab' ich auch schon Mit fest verdrahtet Ach, Mann Nein Könnte ich eigentlich auch mal wieder spielen Okay, ich komm' nicht rein Wundercool Wie, du kommst nicht rein? Ja, bei mir, also, es steht noch immer synchronisierender Spieleinstellungen Okay Okay Ich bin raus Dann geh' ich auch mal raus Jo So 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 So, jetzt komm' ich bei dir irgendwie nicht rein Ich wollte grad reinjoinen Das geht schon mal nicht Na, ich bin rausgegangen Lad mich ein Okay Okay Kannst du reinjoinen? Wart' Na, komm Jo Geht Ja, gut Scheiß Warum scheiße? Das ist doch geil So Oh, schon wieder Wade Ja Das sieht eigentlich ganz nett aus Auch die Lobby sieht gar nicht so scheiße aus Bei den richtigen Gegnern kann ich schon was reißen, aber Sonst nicht Wenn die sich nicht bewegen, oder was? Nee Wenn sie keine 1,5er KT oder so haben So, okay Okay, ich geh' aber raus Das ist scheinbar nix Ja Jo Jemen Der Typ hat garantiert ne gute KD da oben 2,6 Na, das ist XBlackParamet Das ist der von BlackEffectTV Wer ist das denn? Der macht fast jedes Mal 100 Plus Ja, wollen wir den mal bashen, oder was? Kann man das so probieren Aber doch, BlackEffect, doch Die kenn' ich doch Doch Boah, die werden Daniels, oder so Ach du Scheiße Also, nein, aber Sie laden fast noch 100 Plus hoch Ja, guck, das heißt aber längst nicht, dass sie das nur, dass sie das jede Runde machen Weißt du, die laden nicht Also, das denk' ich mal so Ähm Die laden ja auch nur die guten Runden hoch Vielleicht auch nehmen Ja, ich bin da Ja Ich mach' rechts Okay War ich links Oh, er kämpft Fuck, 1C4 Ready Scheiße Okay, der wird anscheinend auch ganz schön zerstört Ich spiel' extra bisschen defensiv Ich bin hier Ach, Konto-Done haben sie Kannst du mir sagen, wenn die ein BlackBot haben? Äh, ja Warte, mach' ich mal den Game Sound an Fuck Ja, er hat's gerafft Die Typen spielen auf jeden Fall gut Also, nicht so, nicht so scheiße Ich glaub' doch, dass sie mit einem Team spielen Ja, glaub' ich aber auch Auf jeden Fall, dass es nicht so ne gute Lobby Also, wenn die echt mit einem Team spielen Dann spielen sie eigentlich, glaub' ich, gar nicht so gut Ja Aber ich bin mir nicht sicher, also Ja, keine Ahnung Auch wenn Vielleicht haben sie auch mal ne schlechte Runde, kann ja auch so Ja, okay Oh, mit dem G Richtig cool Oder Jackie Jurgman Ja Ich hab' gerade ein ganz cooles Movement eigentlich Das geht schon ganz gut klar Na Okay Oh mein Gott, der Slack Das war irgendwie klar, dass da auch einer ist Ja, die spielen garantiert mit dem fucking Team Obwohl eigentlich müssen die uns mehr zerreißen mit dem ganzen Team So Jungs, da sind wir wieder Das war grad'n bisschen kacke Erst bei Skype abgeschmiert Spielt er dann noch? Nee, also Gut, also ich Ich weiß nicht, ob wir Also Natürlich gerade ne schwierige Situation Aber wenn wir mal ehrlich sind Er würde das Ding sowieso nicht gewinnen Also er hätte nicht gewonnen Jetzt mal ohne Arrogan klicken zu wollen Aber es ist einfach so Der hätte das Ding nicht gewonnen Tut mir jetzt natürlich ein bisschen leid für ihn Dass er jetzt nicht mehr dabei ist Der Rest Ähm Ja, das wird dich ein bisschen traurig Ich mach den Rest einfach hier so alleine fertig Ohne ihn Also wenn ihr da irgendwelche Einsprüche gegen habt Dann werde ich ihm nochmal eine Chance geben Dass er halt nochmal spielt Obwohl die erste Runde gewonnen Also Naja, ich weiß nicht Also Inwiefern das Sinn machen würde Aber da gibt es ja manche Moralaposteln hier unter euch bestimmt Die damit nicht einverstanden sind 36 Ne 4 34 433 432 So Ich habe es kurz synchronisiert Damit das auch ein bisschen synchron wieder wird Ja, jetzt wird es einfach hier Das wird einfach diese Noob-Scheiße wieder abgezogen Hier, wo sie einfach hier rumtrappen Das ist also Ich will nicht sagen, dass es ein neun-Mann-Team ist Aber es sind bestimmt drei, vier Leute im Team Ja, das werden wir einfach hier Konter dron durch Ja Na ja, jetzt macht es zum Beispiel nicht mehr so Bock Wenn man halt jeden Swarm in die Fresse bekommt Nein, den kriege ich Obwohl, den könnte ich sogar vielleicht doch Oh, Hunde Hunde, korrekt Wie sind die jetzt hier reingekommen? Achso Ja, jetzt wird hier natürlich einfach gefickt Naja Jetzt macht der Typ wahrscheinlich noch ein 100 Plus Das ist ein Witz Das finde ich gerade nicht so witzig Scheiße Hoppla Hm Guck mal hier, die Trap einfach vom Feinsten Andere chillen da Wenn wir da hinten spawnen Hocken sie da auch Na komm her Wenn ich mich jetzt umdrehe, kommt er Das habe ich gesagt Komm her, die verteilen sich einfach Die Verteilung von den Gegnern ist einfach so gut Da kannst du halt als einziger Als einziger Typ gar nichts machen Einzelner Typ So Das geht einfach nicht Das geht echt nicht klar Ich probiere jetzt einfach nur, nicht negativ zu gehen Guck hier Wie sich schon Darttrappen Das ist Das ist Spawntrappen in der Herstellung Also ich weiß nicht, ob das jetzt von denen gewollt ist Wenn, also wenn das nicht gewollt ist von denen Wäre das natürlich ziemlich krasser Zufall Ja Da kannst du halt echt nichts machen Da machst du halt echt nichts Die positionieren sich einfach so gut Du kannst, du kannst einfach Ist einfach instant eine Conte Und oben Du musst gar nicht um das Radar schauen Weil du eh nichts siehst Obwohl hier Stimmt Fick dich, Konterdrohne Ja, also da machst du halt echt nichts Da machst du Da machst du echt nichts Ja Ja, das ist echt Der AGR Ja, hier wirst du halt einfach so gefickt Na, mal gucken Sagen irgendwas Na, gut Jungs, das war's dann Hopp, euch hat's gefallen Haut da rein Tschüssi Ja Ich bin Ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.